Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu NXT TakeOver Stand and Deliver Nacht 1. Wir haben einfach mal kurzfristig noch Match in die Kick-Off Show bekommen, was bei NXT irgendwie recht selten ist, denn dort sind eigentlich die Kick-Off Shows nicht mit Matches bestückt, aber jetzt hat man das einfach mal so umgesetzt. Wir hatten hier Zoey Stark gegen Toni Storm, was auch ein super schön starkes Match war. Hier war es interessant, dass einfach mal die Bühne abgehängt war, das heißt man konnte schon irgendwie erahnen, dass sie da noch irgendwas geplant hatten und dann gab es halt hier einfach noch ein richtig ordentliches Damen-Match und das hat mir sehr gut gefallen. Zoey Stark gewinnt zum Schluss, zwar mit einem Einroller, aber der war schon gut aufgebaut und der Sieg an sich ist halt auch ziemlich krass, weil sie hat einfach mal Toni Storm besiegt. Das muss man auch erstmal machen. Dann ging es los mit einer Dame, die hat ein bisschen auf Gitarre die Nationalhymne von Amerika gespielt und dann wurde die Stage revealed und wir sahen einen großen Totenkopf, der natürlich passend in dieses Piraten-Setting natürlich auch ganz gut reinpasst und ja, der war ziemlich nice, kann man auf jeden Fall da mal hinsetzen und dann begann auch die eigentliche Show mit dem ersten Match, Kushida gegen Pete Dunne. Erstmal fiel auf, dass Pete Dunne neue Musik hat, was ich persönlich schon mal nicht so schön finde, aber naja, das Match danach war auch umso schöner, denn die beiden haben sich wieder sehr geil gegeben. Es war auch am Anfang wieder so schön technisch, das gefällt mir, da gibt mir einfach richtig einer ab. Das ist einfach wieder wunderschön gewesen, sich das alles anzugucken, gerade auch weil beide so schönen Submission-Stile haben, hat das einfach sehr, sehr schön hier miteinander harmoniert. Zum Schluss gewinnt Pete Dunne, alles wundervoll, alles super, kann ich wirklich gar nicht meckern. Ja, war ein schönes Ding. Dann hatten wir das Gordland-Elimination-Match und es war ja auch schon klar, in welcher Reihenfolge die Leute in dieses Gordland-Match starten und wir begannen mit Isaiah 12-Scott gegen Leon Ruff und die beiden haben ja schon einige Zeit eine Fede gegeneinander, deswegen hat man das hier auch gut gleich eingebaut. Isaiah ist ja gerade irgendwie hier, der hat also sofort von Anfang an da den Typen da erstmal schön kurz und klein gehauen, dann kamen natürlich alle nacheinander rein. Auch hier wurden wieder Fäden mit verbaut, auch die Geschichte zwischen Bronze Reed und L.A. Knight, die hier auch mit, ja, Gehör mitfand. Das heißt, alles laufende Fäde zwischen den Leuten wurden hier also auch mit eingebaut, macht Sinn. Ansonsten war ja noch wichtig, dass Dexter Lumis rausgeworfen wurde, als er Dexter Lumis im Anaconda Vice hatte und dann von L.A. Knight eingeholt wurde. Danach ist L.A. Knight auch sehr schnell rausgeflogen, weshalb es dann draußen noch die Auseinandersetzung zwischen den beiden gab und das wird uns auch wieder in die nächste Fäde bringen. Jetzt ist es zwar eigentlich schade, dass L.A. Knight so schlecht eingesetzt wird, aber nach der Fäde gegen Bronson Reed oder nach der Tatsache, dass er Bronson Reed aufbauen durfte, geht es jetzt also weiter mit Dexter Lumis. Dann im Ring hatten wir dennoch ziemlich schöne Sequenzen natürlich und zum Schluss gewinnt Bronson Reed, also hat dieser Aufbau von ihm, dieser monsterhafte Aufbau hier schon irgendwo den Sinn, aber ich habe hier ein Riesenproblem und zwar das Finish in diesem Match war einfach viel zu monstermäßig aufgebaut. Bronson Reed hat diesen seitlichen Kick, den Isaiah Swerve Scott auch mal als Finisher benutzt hat, den hat er einfach dreimal einfach so gefressen und hat sich da wieder rausgepowert und die ganze Finishphase war einfach viel zu übertrieben, was Bronson Reed da eingesteckt hat und dass er dann trotzdem noch gewonnen hat, muss ich sagen, nee. Also das war mir dann ein bisschen zu dolle monstermäßig aufgebaut und das wirkt dann einfach immer unrealistisch und das hatten wir hier auch. Also muss ich leider sagen, das Ende hat mir gar nicht gefallen, obwohl das Match an sich super war, aber hier, ach, nee. Trotzdem sehen wir dann heute Nacht Johnny Gargano gegen Bronson Reed um den North American Titel und da Bronson Reed jetzt so stark aufgebaut wurde, könnte man schon denken, dass hier vielleicht der Titel wechselt. Dann hatten wir das NXT UK Titelmatch, Tamaso Ciampa gegen Walter, absolut leckeres Ding. Auch hier super smart gearbeitet, Tamaso Ciampa hat immer wieder die Hand von Walter attackiert, damit der nicht weiter choppen kann und einfach sehr, sehr viel versucht, um irgendwie Walter runter zu kriegen. Auch später im Match gab es so eine Sequenz, wo Tamaso Ciampa wirklich nur hin und her gelaufen ist und immer wieder noch eine Close Line, noch eine Close Line, noch eine Close Line und Walter ging einfach nicht down. Also es war schon extrem krass. Theoretisch könntest du ja auch wieder sagen, oh ja, wurde ja auch als krasses Monster dargestellt, aber Walter hat halt einfach schon so viel erreicht, ist jetzt ja schon so lange Champion und wird das natürlich auch noch Jahrhunderte bleiben. Von daher, der präsentiert das irgendwo auch schon noch glaubhaft. Trotzdem war seine Brust komplett aufgechoppt von Ciampa, der sich natürlich auch gewehrt hat. Natürlich hat der auch einige Jobs fressen dürfen und zum Schluss gab es dann die Powerbomb noch mit rausgedreht und dann gab es nochmal ordentlich einen vor, so einen übelsten Suplex da, Overhead, T-Bone Suplex eigentlich, oder? Ja, könnte sein. Ja, und dann zum Schluss gab es einfach mal noch einen schönen Chop, um den nochmal wegzurasieren und dann war es das. Jetzt könnte man zwar sagen, okay, einen Chop als letzten Finishing Move, um das Match zu beenden, ja, kann man drüber streiten, aber der Aufbau zum Chop hin, die Moves, die davor passiert sind, wären es ja eigentlich schon gewesen, nur dass Ciampa halt sich noch irgendwie hochgerollt hat und das kann ich dann noch irgendwie vertreten. Und hier, Verteidigung also von Walter, war geil. Zum Schluss kam Imperium komplett dann an, es war also kein Eingriff von Timmy Thatcher hier irgendwie. Fand ich auch sehr interessant und ja, lecker. Dann geht es weiter mit dem NXT Tag Team Titelmatch. Hier hatten wir ja MSK, die Cruiser Young Veterans und Legado del Fantasma und das ist halt auch wieder so ein Ding, hier ist klar, dass die meisten Leute durch die Gegend fliegen. Denn die Cruiser Young Veterans haben jetzt zwar nicht übelst viele Spots, super krass Flying Moves, aber der Rest halt schon. Und das hat halt einfach dafür gesorgt, dass wir halt super krasse viele Spots hatten. Es war sehr viel Erinnerung an die Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier Matches, weil die sich doch sehr geähnelt haben, die drei Teams dann halt in dem, was sie da gemacht haben. Trotzdem war es an sich halt, ja, war schon krass. Also die haben halt ordentlich abgespottet so, ne. Das ist auch okay, kann man mal machen. Gerade nach so einem Match, nach dem Walter Match und so weiter, was ja dann doch ein bisschen langsamer ist oder ein bisschen anders aufgebaut ist, ist dann hier so ein, komm wir töten uns einfach die ganze Zeit. Ja, kann man auf jeden Fall vertreten und zum Schluss gewinnen. MSK, die Tag Team Titel. Finde ich völlig in Ordnung, gerade weil MSK ja auch das Dusty Rhodes Tag Team Turnier gewonnen hat. Die dann jetzt auch mit den Titeln zu, ja, zu bedienen. Finde ich gut, deswegen auch hier kann ich nicht großartig meckern. Das ist schon okay. So, und dann hatten wir noch das NXT Women's Titel Match. Das war auch der Main Event des Abends, also Raquel Gonzalez gegen Io Shirai. Und schon alleine die Tatsache, dass das ganze Main Event ist, könntest du natürlich schon irgendwo als Spoiler sehen, denn da werden sie wahrscheinlich dann irgendwas planen. Und wir hatten ja auch einen ziemlich krassen Spot, denn ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass es so einen riesen Totenkopf auf der Stage gab und Io Shirai dachte sich, hm, da könnte man eigentlich mal runterdiven. Springte also schön von runter, wird zwar von Raquel aufgefangen, aber das war trotzdem ein ganz schön hartes Ding. Und da waren halt auch wieder sehr viele schöne Spots mit drin. Io Shirai hat also alles gegeben und Raquel hat einfach die Masse, die Power auf ihrer Seite. Und genau das haben sie hier gut rübergebracht. An sich hat man irgendwie das Gefühl gehabt, als hätten sie sich sehr beeilen müssen, denn es war nicht mehr so viel Zeit. Und wir mussten ja, dadurch, dass das ja auch auf dem USA Network lief, musste man ja ein Zeitfenster einhalten. Wenn es jetzt so auf dem Network ist, dann kannst du halt nochmal 20 Minuten dranhängen. Ist jetzt nicht schlimm. Aber auf dem USA Network muss man sich an Zeiten halten. Und das ist halt hier auch so ein Ding gewesen. Du hast halt irgendwo gemerkt, die müssen sich jetzt beeilen mit dem, was sie vorhaben, denn so viel Zeit war einfach nicht mehr. Und ja, die haben dann einfach noch einen Schritt schneller durchgezogen. Und trotzdem war das Ding sehr gut. Hat mir extrem gut gefallen. Gerade auch mit dem Ausgang, denn Raquel Gonzalez holt sich den Titel. Und das ist eigentlich nur in der Form richtig krass, da ja nun mal Io Shirai super stark aufgebaut wurde. Wenn die in der letzten Zeit besiegt hat, ist halt echt krass. Und dann jetzt den Titel in einem normalen Single Match gegen Raquel zu verlieren, zeigt halt einfach, wie krass Raquel Gonzalez ist. Und die hat ja auch das Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier gewonnen. Also der Push von ihr ist halt wirklich echt krass. Und das Ding jetzt also mit dem Titel zu belohnen, finde ich schon sehr, sehr cool. Gefällt mir, gerade wenn das mal ordentlich aufgebaut wurde und so. Dann bin ich doch da auf jeden Fall dabei. Also beenden wir diesen Takeover Nacht 1 mit Raquel Gonzalez als neuen Champion. Auch das alles so schön. Also gute Dinger, gute Ausgänge, alles geile Matches gewesen. Also auch hier wieder NXT zeigt einfach mal, wie geil sie sind, wie top das alles läuft. Und ja, morgen gibt es dann das Video zu Nacht 2. Das gucken wir heute Nacht natürlich auch zusammen. Zocken die Matches vorher und wir gucken auch NXT UK Prelude zusammen. Kommt also gerne im Livestream vorbei. Und dann, ja, Daumen nach oben, Abo da lassen. Eure Meinung zu dem Takeover Event Nacht 1 in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Haut rein, schlaft schön und werdet Kanalmitglied. Und tschüss.